Dann gehen die restlichen drei wieder runter. So machen wir's. Dann ist es nämlich sicher. Wenn Daniel schießen darf ich Daniel schießen. Nein, bitte nicht. Er bewegt sich! Er bewegt sich! Er bewegt sich! Hallo Tür! Aufmachen? Mach doch einfach auf, Mann. Ja, genau. Und die Tür, die da links neben der Tür steht. Hätte ich ihr Schuss? Stahl. Den ignorieren wir einfach. Er gibt's nicht! Er gibt's nicht! Scheiße, daneben! Daneben! Police, drop your weapons! Police, drop your weapons! Police, drop your weapons! Police, drop your weapons! Ah, will ich dich gerufen? Scheiße! Fick dich, blöder! Komm her, du Neger! Ich stand zwar mit dem Taser da, aber... Hallo! Ich hab ihn! Er hat mich ergeben nicht. Aber er hat mir ne schübsche... Wurzprinzen verpackt, um 3 Milliarden. Geh runter, Bastard! Halt die Fresse! Ja, 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 ja! Das war's dann wohl mit dem zuerst nach oben gehen, nicht wahr? Ja, irgendwie schon. Ja, 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 ja! Ich hab' ganz ruhig, bitte! Alter, ich bin verletzt, Oberkörper! Scheiße, ich hab' eine Granate gezogen! Die tankten die ja das machen, nicht wahr! Scheiße, ich hab' eine Granate gezogen! Die tankten die ja das machen, nicht wahr! Oh ja, ja! Oh ja, ja! Hände hoch! Ach, ich erfahr' doch, Reißmann! Er wollte scheiß'n, na, geh'n! We gotta stop them before they kill somebody else! We gotta stop them before they kill somebody else! ...seviliant secured and ready to attack the sword! Roger that! trailer standing by! Schalte, da kommt noch einer, den der der verschießen müssen! Mann! Hat man wirst... Ich hab' nicht sicher... Ach, wer fast Billjen nicht hier oben! Was, ich? Keine Ahnung... Ich wollte jetzt grad' wieder hochlatschen! nicht reinkommen einfach passt auch wenn ihr gerade am kämpfen gegen drei feindliche terroristen alleine ich habe ihn anschossen nein ja was auch was auch ich habe den typen angeschossen wird irgendwas was war ich hab doch den typen geschossen ich habe doch gesagt habe ich das Grunde 0 ich bin durch die Strasse an der Art der Habe der Garten der Garten abgabend die Reise der Kurs ist zu sehen ich habe ihn nicht gesehen er hat er nicht aber er hat er hat was für mich und bleibt hat noch nicht die Reise der Bordstück die Gäste Geil, dann stehen die immer an den Ecken. Keine Ahnung, weil ich eigentlich verhaften muss, dass es kein Problem ist. Doch, ich weiß, wo die letzten sind. Unten, wo ich erschossen wurde. Ja, auf dem Dacher, im Keller. Flo, das war ziemlich unsicher, da einfach vor der Tür zu stehen. Doch, ich hab die Daten in der Luft. Mach's jetzt! Wer wisst ihr, was ich mich frage? Hier, dieses Bild. Guckt mal ganz kurz alle bei mir. Was haben die, die beiden mit dem Korn da drin verloren? Geiler. Die machen das Bild total hässlich. Nein, das ist ein bekanntes Kunstwerkberger. Kennst du das nicht? Jetzt geh mal nach unten weg. Das ist eh auch. Dass diese zwei Typen drin stehen, das ist macht so einzigartig. Das kann ich auch. Das ist ein Typ rausgerannt, ich will's kurz sagen. Da ist ein Typ rausgerannt, der ist wahrscheinlich, da war ich schon, Becker. Der ist rausgerannt. Sicherlich. Der ist weggerannt, Becker, du kannst wieder raus. Dann bleibt nur noch die Garage und der Typ. Garage? Du meinst den Keller. Auf dem Dach. Daniel, wenn du den Spruch richtig lernen willst, wir haben alles auf YouTube. Ich will ihn ja nicht lernen, ich will ihn bloß so indirekt ansprechen. Hier war ich schon drin. Los! Wow! No! Der ist weggerannt! Der ist weggerannt! Der ist weggerannt! Ja, total! Der hat mich gekillt! Oh, ich hab auch... Ich hab so einen Schreck gekriegt! Schießt! Ja! Alter, ich hab ihn voll getroffen, Mann! Okay, ich war im Oberkörper schon verletzt. Wir haben einfach... Alter, bei mir war die Hand verletzt, der Oberkörper des... äh... und der andere Arm. Ja, immerhin zwei Punkte, ja. Hahaha, das sind Minuspunkte. Das war recht arg unrealistisch. Die rennen auf dich zu, gehen vor dir in die Hocker und schießen dich ab. Ich mein, dann musst du sie erschießen. Und dann kriegst du Minuspunkte und das nervt mich. Ich will mal so schnell sprinten, dass ich mit dem Gitter weggerissen werde. Geht nicht. Ich weiß es nicht. Aber es wär cool. Da war einer? Da ist immer einer im Klo. Das ist auch diese Fuzzi. Doch, das ist nämlich genau... Nein, bei mir war auch schon mal jemand. Das ist Arrest Louis Bacchus. Das ist dieser Fuzzi, der nie Waffe hat und trotzdem verhaftet werden muss. Ich... 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 Machen wir es so wie immer. Ähm, ich gehe hoch und sicher von oben ab. Der Daniel geht nach vorne und sagt, hey, ich hab' den jetzt aber nicht gesehen und wird abgeschossen. Haha, ich seh das genau aus. Weil er nicht darauf wartet, dass ich ihn okay gehe. Okay... Ja, dann seht's mal... Oh, warum ist die Tür offen? Na... Warte, warte... Kann da nicht einfach so sein? Wird geschlossen. Kein Licht, das ist Scheiße. Vorsicht, da ist einer. Da ist einer. Ja, ja, scheiße. Fick dich doch für Blöder. Und Lukas, ist das... Wir haben da Granatik, wir haben da auch Nate. Ich hab kein Licht, wir müssen auch nur vor. Das ist tot. Ich leuchte, ich leuchte für dich. Der hat ihn auch nicht geschickt, als erstes. Da liegt es so. Der ergebt sich nicht. Der hat Taser neben. Der hat sich am Fuß erwischt. Der läuft jetzt. Der läuft jetzt. Der Taser... Da schießt die... Warten nicht, nicht, nicht. Da schießt die noch nicht. Ja, gut. Ja, gut. Der ist in den Raum bei ihm. Die Tür war auf einmal offen, das hab ich geschmeit. Der liegt... Der liegt wie ein Jesuskreuz. Wie ein Jesuskreuz liegt da vor dem Vollletz. Ne, die Vollletz, ne? Was ist das? Der ist der Lukas hier. Ja. Die Tür war offen. Ich bin noch beim Scan da unten. Und dann sehe ich ihn. Und dann soll ich ihn so erschießen, ne? Mit dem Türscanner. Kann man das Rote? Die Tür war auf einmal offen. Ach, ich will das Licht färben. Kann man das vielleicht auch in Blau haben? Das passt dann zu unserem Style. Wir sind ja schließlich Blau. Haha, wie geil. Ich will eine Beschwerde machen, weil ich mit der Desert-Liebe-Zeug nicht gehe. Nee, nee, nee. Aber Flo, du musst das unbedingt, was du jetzt aufnimmst, schon hochstellen. Ja, ja. Soll ich links zu machen? Mit Doorwedge? Nimm der Flo jetzt schon wieder auf. Das braucht man. Daniel, dein Job. Du weißt, ihr alle Fernseher schießt. Go, 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 go! Da ist ein Fernseher! Warum bildet euch nur wieder? Muss mal euren Flo mit. Der Bagger riecht. Ganz unprofessionell ist er hier am... Oh, hier ist Geld! Hier ist Geld mit ihm! Ja, und jetzt alle rein, bitte alle rein und etwas Geschwindigkeit wäre auch nicht schlimm. Bin dann schon mal aus TS. Ich hab hier nämlich gerade eben knapp 5 Leute niedergewungen. Könnten wir mal ein bisschen nachkommen? Ich fühle mich mit 5 feindlichen Terroristen im Raum ganz unwohl. Alice war nicht 5, das waren 2 Geisel. Weil ich, wenn jemand anderes hinter mir steht, ich nicht mehr zurückkomme, weil ich deswegen abgeknallt werde. Und weil dann so Leute der Luke hat, wenn sich jemand der es gibt, die Potschen abknallt. Ich stelle mich hier hinter das Potschen. Sie kriegen mich hier. Hey, ich kann nur die Geisel sehen. Wer nicht? Was fehlt für uns noch alles? Ja, wir haben ja Räume noch gar nicht. Ein bisschen was fehlt schon noch. Es wird noch was kommen, da wir die... Es wird noch was kommen, da wir noch nicht alle Räume haben. Granate! Ehhhhh... Einen werde ich haben. Gut, dann vergesst Granate. Ja, einen habe ich, der andere ist abgehauen. Sind die beiden Typen fertig? Guckt ihr mal weiter. Oh, der steht ja richtig in Scheiße. Warte noch bevor ich da weg bin. Ich bin nicht gleich durch die Tür abgeknallt worden. Hier, äh, Dorwetschen. Ich hab keine mehr. Ja. Dann muss ich da einer hinstellen und aufpassen, wenn ich die in der anderen Seite rein. Ähm, du guckst trotzdem weiter unter der Tür doch. Sobald sich der Typ umdreht, machst du die Tür auf und wirfst eine Granate rein. Ja, Flo. Du guckst dann wieder zu oder so. Du guckst durch, bis er sich umdreht und dann dufst eine Granate. Kann ich durch die Tür gucken? Nee, 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 Gangl, du ziehst die Granate, der Flo guckt durch und sag dir, wann's losgeht. Der Flo steht dann auf, macht die Tür auf und dufst rein und dann... Flashing oder Rauch oder Sting? Rauch. Rauch, okay, passt. Oh, jetzt darf die Maus eigentlich nie wieder loslassen. Ich darf das nie wieder loslassen, nie auch Granate. Märms ihn doch einfach. Seid ihr bereit? Ja. Okay, ich spreng die Tür. Drei, zwei, eins. Okay, dreht dich um. Wirf, wirf. Du Idiot! Das ist eine Rauchgranate. Ja, das hat man mal überhaupt nicht erwischt. Super, ich bin tot. Warte. Wie kann man nur so behindert sein, Junge? Du füllst keine Ahnung. Rein, weich. Nach fünfmal Vorsicht, Flashbang. Wir sind immer noch nicht. Das geht nicht, wenn wir alle durcheinander schreien. Du wirst echt nicht verbrauchen. Steht noch an. Nichts. Siehst du denn nicht? Ja, ich hab dich gesehen. Nein, ich schieße. Schieße, schieße, schieße. Schieße. Alter, wieso wirfst du die Granate so kacke? Die ist irgendwo am Fall. Ich, ich geb dir quasi mein Leben. Du kriegst mit dieser Granate mein Leben. Und denkst dir, na? Zaufmeiersmoin, vielleicht treff ich ja am Vollzug. Äh, wäh, wäh, scheiße daneben. Ah, ich koste mich schon wieder so an. Übt mal. Übt Granaten werfen. Seht ihr, und jetzt dürft ich... Seht ihr, was hier alles niederschießt? Und ich darf nichts machen. Hä? Was mir da alles an Spaß entgeht. Ja! Ja! Noll? Der saß bei mir grad noch nicht da. Ich hab doch dahinter geguckt. Hinter der Tür floh. Ja, super. So, Granate. Wenden, der trifft auch nicht hinter den Türen, sodass er den Typen... Ja, siehst du? Raus, Granate. Es ist perfekt, so siehst du. Das Ding flutet den Raum. Äh, er hätt's noch weiter reinwerfen müssen, meiner Meinung nach. Aber du musst es in die Mitte des Raums pfeffern. Du musst es dahin werfen, wo der Frank ist. Nicht gegen den Jura, wenn man das zurückliegt. Ja, meine Fresse, es ist abgebreitet. Es passiert auch mal. Nicht meine Fresse, es passiert auch nicht hier öfters. Nein, aber ich habe schon wie viele Granaten in den Raum. Nein, noch nie. Natürlich. Es ist Luke, was der nie trifft. Ich kann die Waffen nicht. Ich kann die Waffen nicht aufsammeln, ich hab kein Licht. Bei mir ist da keine Waffen nicht aufsammeln. Ja, weil ich kein Licht habe. Logisch, oder? Nein, ich habe... Ich kann daraus... Ähm... ...ein Kost, wo sich der Typ ergeben hat. Okay, die Waffe gibt's noch. Okay, die Waffe gibt's noch. Find er den Typ, der sich ergeben hat. Roger that, Trailer's and EMTs are standing by. Ja, was geht's? Wir müssen jetzt essen. Das ist jetzt so, Computer. Ciao. Bis dann. Ja! Der Artikel hast du beendet. Er hat beendet. Achso. Wenn du die Waffen nicht ziehst...